Liebe Studierende, herzlich willkommen zum Interview der zweiten Lerneinheit. Thema sind jetzt Geldkredit und Wertschöpfung. Gemeinsam mit Herrn Dr. Solte wollen wir die beiden Vortragsepisoden von ihm aufgreifen und die ein oder andere Frage klären, für Verständnissorgen und die Thematik vertiefen. Herr Sorge, Sie räumen ja gleich am Anfang mit einem weitverbreiteten Missverständnis auf. Sich einen Kredit von der Bank holen, sich Geld von der Bank leihen, da sind wir ja alle auf dem Holzweg, so wie ich Sie verstanden habe. Ich hoffe, dass nicht alle auf dem Holzweg sind, aber es ist leider so, und man hat das vielleicht auch in der Episode gemerkt, dass mir dieser Punkt so unendlich wichtig ist, dass ich das schon fast penetrant versuche darzustellen. Also das ist so teilweise fest in den Köpfen, dass man es gewissermaßen herbetet. Und es ist eben leider falsch. Es ist eben eine falsche Vorstellung. Es ist, um es nochmal zu betonen, um es nochmal zu wiederholen. Ja, sagen Sie es ruhig nochmal. Es ist derjenige, der einen Kredit aufnimmt, der das neue Geld schöpft. Es ist derjenige, der einen Schuldschein selber ausstellt und unterschreibt. Denn dieser Schuldschein ist das neue Geld. Und das muss man einfach einmal akzeptieren. Und wir nennen dieses Geld, damit es unterschieden wird von diesem Geld, nennen wir es Schwellgeld. Dass man sich daran mal gewöhnt. Und das sind immer Zettel, die der Schuldner, der Kreditnehmer produziert. Und dieses Prinzip muss man erstmal begriffen haben, beziehungsweise verinnerlicht haben. Ich befürchte, dass die Studentinnen und Studenten, die Zuhörerinnen und Zuhörer von diesen Lerneinheiten das alles schon wissen und dann ist das für die langweilig, was ich erzählt habe. Aber wenn auch ich nur einen auch noch hatte, der es vorher noch falsch wusste und ich ihn dadurch mehr zu der realistischen Sichtweise mit dazu beitragen kann, dann bin ich schon glücklich. Also halten wir fest, ein Kredit ist ein Kaufgeschäft. An der Stelle mag ich auch, weil es vielleicht nicht für jeden selbstverständlich ist, einmal die Zentralbank ansprechen. Dass wir das ein bisschen konkretisieren, weil es in den weiterführenden Lerneinheiten, Sie setzen es immer voraus und Sie greifen es auch immer wieder auf. Was verstehen Sie unter einer Zentralbank? Ist es die Europäische Zentralbank? Ist es die Bundesbank? Und welche Aufgaben sind dieser Zentralbank immanent? Also die Zentralbank ist in der Art und Weise, wie ich es eben schildere, ist die Institution, die man auch den Kreditgeber letzter Instanz nennt. Englisch ist der Begriff Länder of last resort. ist eine in den meisten Ländern im Geldsystem unabhängige Institution. Bei uns im Euroraum tatsächlich auch unabhängig und im Besitz der Länder, also der Staaten, die die Eurozone bilden. Die Bundesbank war früher diese Zentralbank für uns in Deutschland. Und seit der Einführung des Euros, seit dem Maastricht-Vertrag, haben wir eine gemeinsame Europäische Zentralbank, die die einzige Institution ist, die dieses Geld schöpfen kann. Die einzige Institution, bis auf Kleinigkeiten, die gesetzliches Zahlungsmittel produzieren kann. Da mag ich einmal kurz nachhaken. Habe ich das richtig verstanden in einer der Vortragsepisoden? Dass es die einzige Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist, die Euros zu produzieren und dafür zu sorgen, dass immer ausreichend zahlbare... Entschuldigung, jetzt habe ich sie unterbrochen. Die Aufgabe, satzungsgemäß, ist dafür zu sorgen, dass das gesamte Euro-Geldsystem eine Kreditfähigkeit hat, die zu einer Stabilität der Währung beiträgt. Sehr kompliziert. Ja, ja, bei Stabilität könnten wir gleich noch mal einen Extra-Exkurs machen. Ich wollte nur den Punkt sehr deutlich machen, dass die Zentralbank nicht einfach dafür sorgen soll, dass genug dafür da sind, sondern ich wollte noch den Punkt klar machen, was genug bedeutet. Genug bedeutet, dass der Wert, den man einem solchen Zettel beimisst, möglichst stabil bleibt. Weil wir sind uns ja nach der Episode einig, rein prinzipiell ist das fast nichts wert. Das ist ein Stück, ein bunter Zettel. Buntes Papier, ja. Und den herzustellen, das ist sicherlich nicht, also jetzt kostet es mittlerweile ein bisschen mehr, weil es ja sehr aufwendig ist, sehr aufwendig gemacht, dass es fälschungssicher ist, aber es kostet sicherlich nicht 5 Euro, einen solchen Zettel zu produzieren. So, und die Frage ist, welchen Mehrwert, welche Wertschöpfung jemand bereit ist, für so einen Zettel herzugeben. Und das ist Geldwertstabilität. Das betrifft dann aber nicht nur diese Zettel, sondern es betrifft auch beispielsweise das Geld auf dem Konto. Das ist ja nicht so ein Zettel, sondern das Geld auf dem Konto ist ein Schuldschein der Bank. Und man will auch, dass der Schuldschein einer Bank, wenn da 5 drauf steht, 5 Euro Wertschöpfung mir bringt. So, und damit das auch so bleibt, damit man nicht eine Woche später statt für 5 Euro, weiß ich nicht, 2 Pfund Butter bekommt, sondern dass man in 4 Wochen für 5 Euro nur noch 100 Gramm Butter bekommt. Und, dass das nicht so ist, das ist die Aufgabe der Zentralbank. Und dafür steuert die Zentralbank die gesamte Geldmenge. Das heißt, sie ist nicht nur bemüht, die Geldmenge zu steuern an gesetzlichem Zahlungsmittel, sondern die Zentralbank versucht, indirekt über die Menge der Zentralbankgeldmenge auch die anderen Geldmengen, die Schwellgeldmengen zu steuern. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen und Regularien. Das vertiefen wir gleich. An der Stelle mag ich Ihr Beispiel nochmal aufgreifen mit dem Bäcker und dem Landwirt und dem Imker, den Sie mit ins Spiel gebracht haben. Ich möchte auf die Umlaufgeschwindigkeit des Schwellgeldes hinaus. Und des Geldes. Und des Geldes. Gut, in dem Beispiel war es ja jetzt kein Geld, sondern die haben sich ja Schuldscheine. Das ist ja Schwellgeld. Schwellgeld, genau. Die haben sich ein Versprechen auf eine Brezel war es, glaube ich. Die Umlaufgeschwindigkeit und die Wirkung für die Ökonomie. Das würde ich an der Stelle nämlich gerne einmal ansprechen, weil ich mir sicher bin, dass wir da auch nochmal den Bezug zur Nachhaltigkeit herstellen können. Ja, das können wir machen. Also der wichtige Punkt ist der, Geld ist ja notwendig, Geld oder Schwellgeld, ist notwendig, um einen Bezahlvorgang abzuwickeln. Ein Bezahlvorgang ist eigentlich immer, wenn jemand Wertschöpfung kauft, dann will der andere etwas im Gegenzug haben. Und dafür brauche ich Schwellgeld oder Geld. Ich muss ihn bar bezahlen oder per Überweisung. Und die Frage ist, was passiert, wenn derjenige dieses Geld sofort wieder ausgibt. Dann hat er ja wieder darum die Möglichkeit, Wertschöpfung gleich einzukaufen. Und wenn derjenige auch das wieder sofort ausgibt, dann wird sehr schnell Wertschöpfung gekauft, sehr viel Wertschöpfung. Und das heißt, je schneller die Umlaufgeschwindigkeit ist, desto mehr Wertschöpfung kann man insgesamt kaufen. Ja. In einer Ökonomie. Heißt das auch sofort, dass wir mehr Wachstum haben? Wir hatten ja die Wachstumsproblematik in der ersten Lerneinheit. Das muss eben nicht sein, dass wir mehr Wachstum haben, sondern es kann eben auch dazu führen, dass es zu einer höheren Inflation kommt, wenn es die Wertschöpfung nicht gibt. Weil nehmen wir mal an, wir hätten eine Lage, bei der die Leute das Gefühl haben, dass die Europäische Zentralbank die Geldpolitik nicht mehr so steuern kann, dass die Geldwertstabilität aufrechterhalten wird. Wenn die Leute das Gefühl haben, es gibt so viel Geld in der Ökonomie, da müsste es doch irgendwann eigentlich mal Inflation geben. Dann kann es gewissermaßen eine self-fulfilling prophecy kommen, die so aussieht. Nehmen wir mal an, Sie hätten Geld und haben die Eindruck, es könnte Inflation sein. Was wollen Sie dann? Wollen Sie das Geld weiterhin behalten? Doch sicher nicht, sondern Sie wollen es loswerden. Also sagen Sie dann, oh, dann ist doch jetzt ganz gut, wenn ich doch noch mal mein Haus mit irgendeiner Wärmedämmung verkleide. Dann kaufen Sie eben die Wärmedämmung. Sie sind das Geld los. Ist das Geld dann weg? Nein, sondern das hat dann natürlich derjenige, der Ihnen die Wärmedämmung verkauft hat und die an Ihrem Haus angebracht hat. Nur der hat ja jetzt auch das Problem, dass er das Geld jetzt in den Händen hält und die Sorge hat, dass die Inflation kommt und das Geld nicht mehr wert ist. Also was wird er tun? Er wird dann sagen, ja, da baue ich mir schnell mal noch eine Garage. Dann baut er sich die Garage, gibt demjenigen, der die Garage gebaut hat, das Geld. Ist es dann weg? Nein, es ist nicht weg, sondern es hat dann der, die die Garage gebaut hat. Und so fließt dann das Geld immer schneller um. Und das heißt, es kommt immer mehr kaufkräftige Nachfrage in die Ökonomie. Und dann ist die Frage, ob die Ökonomie diese kaufkräftige Nachfrage durch Wachstum bedient, indem beispielsweise dann unsere Episode der Baustoffhändler die Produktion von Ziegeln nach oben treibt, damit noch mehr Ziegel da sind, damit die kaufkräftige Nachfrage zum gegebenen Preisniveau erfüllt wird. Wenn das so passiert, also der schnellere Umlauf, so wie gewesen, die Ökonomie antreibt, dann kann es sein, dass es zu Wachstum der Ökonomie kommt. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, wollen wir das vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsproblematik? Weil wenn wir nämlich mit den gegebenen Produktionsmitteln die Produktion rauf fahren, bedeutet das, dass wir mit unserer jetzigen Ressourcen effizient produzieren. Und wir verbrauchen jetzt schon 1,5 Planeten. Und das heißt, ökologisch, ist das nicht notwendigerweise der beste Weg. Es kann aber auch passieren, dass man, weil man zum Beispiel nicht auf die Rohstoffe Zugriff hat, sondern die Rohstoffe knapp sind, dass man auf den schnelleren Umlauf so reagiert, dass einfach die Preise der kaufkräftigen Nachfrage angepasst werden. Das heißt, für das Geld bekommt man hinterher weniger. Und das ist nun mal Inflation. Wenn Sie sich den sogenannten Markt für Assets angucken, den Begriff haben wir jetzt noch nicht eingeführt, Assets ist der englische Begriff für all das, was ich als Vermögen habe. Werden wir in der Episode der Lerneinheit 4 werden wir dies behandeln. Wenn Sie sich den Markt für reale Werte anschauen, dann hat man genau diesen Effekt der Inflation in dem Bereich schon gemerkt. Also wenn Sie sich angucken, wie die Häuserpreise sich entwickelt haben, gerade in Deutschland, dann werden Sie merken, dass hier die Häuserpreise für die attraktiven Gegenden, die sind enorm angezogen, weil da dann nicht die Haushalte sind, die die Zettel loswerden wollen, sondern es sind die Investoren, die die Zettel loswerden wollen und eher reale Werte haben wollen. Die Investoren sind ja auch ein wichtiger Faktor, aber erst in der dritten Lerneinheit. Lassen Sie mich an der Stelle noch einmal mit Ihnen auf die Bilanzen schauen. Sie haben erläutert, dass sich Bilanzen aktiver und passiver verlängern lassen, um neues Geld zu schöpfen. Das ist ja ganz spannend und vor allem liegt die Frage dann nahe, wie viel dieses neu geschöpfte Geld dann wert ist, welche Werte hinter diesem Geld liegen. Ja, welche Werte liegen hinterm Geld? Das ist, ich habe versucht, hier das Thema über die Bonität und das Rating ein bisschen zu erläutern. Es geht natürlich noch weiter. Es ist eben so, dass Sie ja mit so einem Schuldzettel können Sie ja beliebige Dinge verabreden. Also nehmen Sie ein Beispiel, einen Hypothekenkredit. Eine Hypothekenschuld, die Sie als einzelne Person oder als Haushalt eingehen können. Bei so einer Hypothekenschuld sagen Sie, ich verpflichte mich, und das wieder Schwellgeld, im Verlauf der nächsten 20 Jahre den Kredit in Raten mit Zinsen zurückzuzahlen und sagen, wenn es nicht klappt, hinterlege ich als Sicherheit mein Haus oder meine Kapitallebensversicherung oder das Häuschen meiner Oma oder was auch immer. So, und das ist dann eine Sicherheit. Das heißt, Sie haben dann einen Schuldschein, dem Sie eine bessere Bonität darüber verpassen, dass Sie bereit sind, eine Sicherheit zu hinterlegen. Aber das ist ja nicht bei allen neu geschöpften Schwellgeldern der Fall, dass ich da eine gute Bonität habe, dass ich da quasi das Haus der Oma als Sicherheit habe. Ich habe hier noch die Notiz, Aktien sind Schuldscheine, die nie fällig werden. Da musste ich ja auch gleich mal schmunzeln, als ich Ihren Vortrag gehört habe. Ich glaube, so sind die Aktien in der Öffentlichkeit noch nicht benannt worden, oder? Das ist durchaus möglich, dass viele die Aktien nicht in dieser Form benennen, wie ich es benannt habe. Es ist auch so, es ist in Teilen, ist aber meine Erfahrung die, dass viele Menschen eine Meinung haben, wie denn das Weltfinanzsystem funktioniert. und wenn man mal tiefer greift, dann wird man doch an der einen oder anderen Stelle leider bemerken, dass das nicht mit der Realität Einklang bringt. Deshalb muss man sich bei mir daran gewöhnen, dass ich die Konsequenz gezogen habe, dass ich versuche, die Realität in ganz ungewöhnliche Begriffe zu übersetzen. Es ist auch sehr einfach, es ist sehr anschaulich. Die Aktie wird nie fällig. Okay, außer das Unternehmen scheitert. Außer das scheitert. Aber nur deshalb sage ich es mal so ungewöhnlich und ist vielleicht ja der richtige Ort, um das mal zu diskutieren, nicht, dass diejenigen, die sich die Lerneinheiten ansehen, dass die erstaunt sind, mit welchen Begriffen ich eventuell umgehe. Also das ist bewusst so gewählt. Ich könnte auch die konkreten Begriffe immer nutzen, nur meine Erfahrung ist, dann blickt man. Vor allen Dingen, wenn man nicht Betriebswirtschaftslehre studiert, dann blickt man gar nicht mehr durch. Nein, reden wir mal über diese Haftung. Also es gibt Schuldverschreibungen, die sind gewissermaßen gedeckt. Das sind Bürgschaften, Crossbürgschaften, es gibt noch andere Dinge, wie beispielsweise diese Kreditausfallversicherungen, da gab es eben die Möglichkeit, dass man gewissermaßen eine Versicherung abschließt, sodass eine Versicherung die die Kreditzahlungen leisten würde, in dem Fall, dass der eigentliche Kreditnehmer sie nicht leisten kann. Da gab es auch große Konzerne. Das Lustige, nein, nicht das Lustige, sondern das, sagen wir mal, sarkastisch betrachtet Lustige ist nur, dass diese Versicherungskonzerne ja selber nur ein gewisses Eigenkapital haben. So, und sie haben jetzt viel, viel mehr Kredite versichert, als sie selber Eigenkapital haben. So, und wenn jetzt ein größeres Volumen dieser so versicherten Kredite ausfällt, dann bekommt derjenige, der diese Schuldscheinzettel als Vermögen hat, trotzdem nichts. Und das passiert. Ein Fall ist die große Versicherung AIG in den USA, weil die hat jede Menge Versicherung übernommen. So, und dann wurden viele Kredite fällig und die Kreditnehmer konnten nicht zahlen, aber AIG konnte auch nicht zahlen. Deshalb ist immer wichtig zu überlegen, was ist denn als Sicherung dahinter. Und hinter dem war früher mal Goldbarren. Goldbarren. Ja, früher waren das eben, war das nicht Fiat Money, so wie jetzt, und zwar ungedecktes Fiat Money, sondern früher war das Referenz Money. Also da hatten sich die USA eben in einem Abkommen von Bretton Woods, das war am Ende des Zweiten Weltkriegs, hatten sich die USA dazu verpflichtet, gegen 35 Dollar eine Feinunze Gold im Fort Knox zu hinterlegen. So, und da gab es eben durch die Menge an verfügbarem Gold eine Begrenzung der Geldschöpfung. Das ist nämlich jetzt auch noch eine Frage, die ich hier mit auf meinem Zettel habe. Ein bisschen stärker, ich weiß nicht, ob Sie darauf sowieso jetzt noch eingegangen werden. Die Zentralbank schöpft ja auch neues Geld durch Bilanzverlängerung. Da ist meine erste Frage, wieso macht sie das? Und zweitens, beschränkt sich die Zentralbank selbst? Ich wollte darauf eben genau kommen. nur aufzeigen, warum das eben auch so ist, weil ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, als wäre das alles etwas Schlimmes, was wir da im Kreditsystem und so weiter aufgebaut haben. Also ich möchte vermeiden, dass ein Eindruck entsteht, ein Kredit wäre erstmal etwas Schlimmes. Weil ein Kredit ist zunächst einmal eine gesellschaftliche Innovation allererster Güte, weil wenn es diese Kredite nicht gäbe, hätte der Bäcker niemals Brot backen können. Weil er hätte niemals das Mehl bekommen, sondern ein Kredit ist zunächst einmal etwas Vernünftiges, weil das ermöglicht, dass wir überhaupt Dinge tun können, die größer sind, als das, was wir bisher gespart haben. Wenn es keine Kredite gäbe, würden wahrscheinlich kaum jemand von uns ein Haus haben, weil man müsste alles erst gespart haben, bis man sich das Haus kaufen kann und dann ist man möglicherweise so alt, dass man sich niemals kaufen würde. Also ein Kredit ist zunächst einmal was Gutes in sich. Nicht alle Kredite, aber Kreditfähigkeit einer Gesellschaft ist positiv. Jetzt ist die Frage, warum sind wir nicht bei der Golddeckung geblieben, sondern so wie Sie sagen, wie wir es ja auch aufgezeigt haben, die Zentralbank schöpft das Geld mittlerweile aus dem Nichts. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir je mehr Wertschöpfung wir produzieren, weil wir ja immer mehr Menschen werden, und bei unserem Zahlungsverhalten, das wir haben, weil es ist nun mal so, wir zahlen nicht im Millisekundentakt, sondern wir zahlen vielleicht einmal im Monat unsere Miete. Das heißt, unsere Umlaufgeschwindigkeit für ziemlich viel Geld ist vielleicht zwölf, wenn man das Jahr betrachtet. Wir zahlen viele Sachen einfach einmal im Monat und das heißt, wir zahlen das dann zwölfmal im Jahr, die Umlaufgeschwindigkeit ist zwölf. Dann braucht man für das Bruttoinlandsprodukt, um das überhaupt, wie man so schön sagt, monetär abbilden zu können, ein Zwölftel von dem Wert als Geld. Und das heißt, je mehr Wertschöpfung wir machen, desto mehr Geld braucht man, wenn die Umlaufgeschwindigkeit gleich bleibt. So, und jetzt überlegen Sie, was passiert, wenn Sie nur Zentralbankengeld hätten und dieses Zentralbankengeld goldgedeckt ist, ja, dann hätten Sie eine Limitierung für die Menge von Geld, die durch die Menge an Gold gegeben ist. So, und dann kann die Geldmenge gar nicht mehr mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts mithalten. So, und deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, dass wir zu einem Geldsystem gewechselt sind, wo wir sagen, wir werden gesetzlich verankern, dass das Zentralbankengeld eine besondere Qualität hat, dass jeder das braucht. und diese Qualität bekommt es, dass es als gesetzliches Zahlungsmittel definiert wurde. So, neben dem gesetzlichen Zahlungsmittel sorgt aber der Geldmultiplikator dafür, dass nicht sämtliche Risiken von der Zentralbank übernommen werden müssen. Warum spreche ich von Risiken? Was ist Geld? Jedes Geld ist ein Kredit. Wenn jetzt das Geld nur als Zentralbankgeld in den Umlauf käme, dann müsste sicher jeder Kreditnehmer in einen Vertrag mit der Zentralbank begehen und müsste sagen, ich nehme einen Kredit bei der Zentralbank auf und dann hat die Zentralbank das Risiko, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt. Und das wollte man nicht. Deswegen gibt es das Schwellgeld und die Geschäftsbanken? Deshalb gibt es die Geschäftsbanken, weil man dann sagt, die Frage mit der Kreditfähigkeit, das alles zu prüfen und dann auch die Zinsen nach der Kreditfähigkeit, nach dem Risiko, dass ein Kredit ja auch ausfallen kann, frei zu vereinbaren, das überlassen wir dem freien Markt und dafür gibt es die Geschäftsbanken. Das heißt, die machen nicht einfach nur noch Geld aus dem Nichts und so weiter, sondern die müssen ja auch Bonitätsprüfung zu machen, die müssen gucken, wem gewähren sie Kredite und das ist ganz unabhängig von der Frage, ob sie da Geld verleihen, was ein anderer gespart hat oder ob derjenige, der den Kredit aufnimmt, gleichzeitig auch der Geschäftsbank einen Kredit gewährt. Nein, die Aufgabe, die die Geschäftsbank übernimmt, ist, das Risiko einzuschätzen, das Risiko zu übernehmen, die machen noch Fristentransformationen und Größentransformationen, auf diese Details werden wir gar nicht zu sprechen kommen, aber das macht das Geschäftsbankensystem und die Zentralbank über die Gesetze legt fest, in welchem Maße die Geschäftsbanken Geschäft machen können. Also in welchem Maße die Geschäftsbanken Schwellgeld produzieren können. Und das geht über den Geldschöpfungsmultiplikator. Genau, und da gibt es Regulationen, Begrenzungen, aber die schauen wir uns in der nächsten Lerneinheit an. Die schauen wir uns dann im Detail ein, was das so bedeutet. Prima. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, Herr Solte. Sehr gerne. Und ich hoffe, Sie können das Geld, das Schwellgeld, die Geschäfts- und Zentralbanken jetzt auch gut auseinander unterhalten. Und wir freuen uns auf das nächste Interview zur dritten Lerneinheit. Tschüss. Tschüss. Lerneinheit. 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 Lerneinheit.